Ich nehm Fina Öl Ich wär schon tot ohne Mai Das Methonaroma, das wird Wunder Es macht mich glücklich Die Nachfolgerin des Dalai Lama vom chinesischen Militär entführt Die Archäologin Dr. Tolanda findet im Kloster Penan einen rätselhaften Gegenstand Der ihr einen Hinweis auf das Verschwinden des Mädchens gibt Sie sucht in Tibet nach dem Mädchen Zur selben Zeit suchen die beiden Neonazis Ulf Blödhardt und Uwe Hörnlos im Tibet den Schatz Daria Gleichzeitig sucht der Kammerjäger Haki Can im Himalaya den Schmiedemeister Hater Taki Um sich eine neue Fliegenklatsche schmieden zu lassen Die Fliegenklatsche schmieden zu lassen Die Fliegenklatsche schmieden zu lassen Die Fliegenklatsche schmieden zu lassen Ich julgete Ich bin froh, Herr Jung, ich bin froh. Ich bin froh, Herr Kiyoshu. Applaus Oh! Ich bin der Karte! Der Karte ist, wenn man so machen kann. Sie sehen! Sie sind der Karte! Nur an der Karte der Karte ist, die meisten der Karte werden. Ich habe viele Menschen gegrüßt, und keine Menschen, und keine Menschen, und keine Menschen. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte für Sie. Das ist ein Werkzeug für das Werkzeug. Und das ist auch ein Werkzeug. Ich bin es fertig. Das ist das Kult. Das ist das Kult. Ich bin das Kult. Ich bin ich mit dem Kult. Das ist das Kult. Wer hat er erreicht? Maschiger Lange VID. Ich bin ein Schlerkampfer. Geheimnis heraus. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Geht hier zum Beispiel in der Augen wird es. Na es gibt, noch viele Menschen zu tun. Aber noch nicht, wenn ihr jetzt mal in die Behandlung macht. Also gibt es zu spüren, nach einem. Hier ist es so schwer, um Ir contracept. Bitte eine Boxer Hilfe. An ich habe mich nicht gesagt, dir noch? Schönen Sie sich nicht, Pfeifen. Deut Herrn giebe ich ab? Ihr ist nicht ein Wohl. Es ist nicht einウohlfühl. Bis jetzt gibt es noch. Ein guter. Von aíten die Wände ihren Wasser. Die Wände. . ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin schon wieder auf der Kiste. Ich bin schon wieder auf der Kiste. Das war's für heute. Eriß, Eriß, Eriß! Gボ´s nicht mehr. Ich bin hierhergedre gracias. Ich bin hierhergedreht. Ich bin hierhergedreht. Ich bin hierhergedreht. Halt! Sehr gut, Halt! Halt, Halt! Halt, Halt! Ein Zeichen. Heißt? Heißt das. Die Filmesrichtung. Hase im Norden, Brache im Osten, Elefanten im Süden, die Eulen im Westen. Die Eule ist aber nicht im Westen. Im Westen ist ganz woanders. Ich folge der Eule. Das Zeichen für Höhle. Ich sehe aber gar keine Höhle. Vielleicht irgendein Mechanismus? Ja, hallo, Beate, bist du's? Ja, super, ich freue mich, dass ich dich hier schon mal erreicht habe. Mensch, hier oben hast du ja auch kein Empfang, ja. Nicht wahr? Ja, nö. Ja, die Kameraden vom Amt haben uns rausgeholt. Ja, nö. Ich weiß auch nicht, wer da verbrannt ist. Ja, uns geht's schon gut hier oben. Der Eule nimmt immer seine Treppen. Ja. Ja. Gut. Grüß an die Kameraden. Wir holen den Schatz hier raus. Ist überhaupt keine Frage, wir sind ganz kurz davor. Tschüss. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da ist ein Zeichen. Zeichen? Wir müssen da lang. Da lang, ja. Guck mal, rüber. Guck mal hier, was haben wir denn da? Äh, dummes Zeug. Du mit deinem Bier immer, du Suffkopf. Wir müssen uns orientieren an dem Drachen. Die Schlitzelben, die wissen, wo es lang geht. Wir müssen im chinesischen Drachen nach, immer nach Westen. Da ist das Hauptlager Tibet. Da geht's zum Kollegen Schäfer. Lass uns aufgehen, nach Westen. Wenn du es sagst. Ja, es ist gar keine Freude. Ich nehm's wieder, öh. Ich nehm's wieder, öh.